Hallo zusammen, Freunde, Tugba Büyüküstüns Aussage, dass Ästhetik nicht zu mir passt. Tugba Büyüküstün sagte, dass sie von den ihr gestellten ästhetischen Fragen gelangweilt sei. Die berühmte Schauspielerin erklärte, dass sie sich keiner Schönheitsoperation unterziehen müsse. Wenn ich es machen ließe, sehe ich keinen Grund, es zu verbergen, aber ehrlich gesagt bin ich nicht interessiert. Es passt mir nicht, also liegt es nicht in meinem Interessengebiet, sagte er. Tugba Büyüküstün stand für die neue Ausgabe des Magazins LLL Elele vor der Kamera. Erfahren Sie, was Sie über den berühmten Schauspieler wissen möchten, der in verschiedenen Farben frohen Posen posiert. Tugba Büyüküstün erklärte, dass sie sich in einer ruhigen Phase ihres Lebens befunden habe. Wir können auch sagen, dass es eine Zeit war, in der ich mir andere Wege erarbeitete und meinen Träumen folgte. Der Schauspieler, der in vielen Theaterstücken und Filmen mitgewirkt hat, sagte, dass das Kino für ihn einen besonderen Platz einnehme. Der Platz des Kinos ist immer sehr unterschiedlich. Ich unterscheide nicht zwischen den Bereichen der Schauspielerei. Für mich sind sie alle eins. Aber natürlich ist Kino so, als würde man eine Notiz in der Geschichte hinterlassen. So teilte die Schauspielerin ihren Fans die berufliche Perspektive von Tugba Büyüküstün mit. Er erklärte, dass er es nicht getan habe, weil er es nicht für sich behalten habe, und selbst wenn er es getan hätte, würde er es nicht verbergen.